Willkommen bei AuPair Village. Heute mit dem Thema Vorteile des AuPair-Aufenthaltes. Welche Vorteile hat der AuPair-Aufenthalt und welche Erfahrungen kannst du als AuPair gewinnen? Ich verrate dir gerne mehr. Ein erster großer Vorteil ist, dass du in eine gewohnte Familienstruktur kommst. Mit deiner Gastfamilie stehen die erfahrene Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wo du wohnst oder zum Beispiel, wo du deine Wäsche waschen kannst. Viele Dinge des Alltags sind in der Gastfamilie vorhanden. Als AuPair lernst du eine Fremdsprache, ganz nebenbei im Alltag. Parallel kannst du frisch erworbene Sprachkenntnisse in der Sprachschule ergänzen. Diese können deine Berufseinstiegschancen erhöhen, weil Mehrsprachigkeit heute in vielen Unternehmen erwünscht ist. Im Gegensatz zu einer Sprachreise oder zur Arbeitssuche im Ausland hast du die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt ohne Kosten zu erleben. Aufgrund der Tatsache, dass Wohnkosten und Verpflegung von der Gastfamilie übernommen werden, steht dir dein Taschengeld zur freien Verfügung. Unvorhersehbare Ausgaben brauchst du dementsprechend nicht einzuplanen. Die Wartezeit überbrücken Durch ein Auslandsjahr als AuPair kannst du auch die Zeit zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn sinnvoll füllen und deine Fremdsprachenkenntnisse vertiefen. Ein AuPair-Aufenthalt ist eine Möglichkeit, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Möchtest du deinen eigenen Horizont erweitern, dann musst du dein bisheriges Lebensumfeld verlassen. Als AuPair hast du die Möglichkeit, für längere Zeit entfernt von deinen Eltern zu leben und auf eigenen Füßen zu stehen. Während des AuPair-Aufenthalts kannst du Selbstvertrauen, interkulturelle Kompetenz und Selbstständigkeit gewinnen. Stellst du dir auch die Frage, was will ich in der Zukunft machen? Ein Vorteil als AuPair ist, dass du die Zeit hast, Antworten auf diese Fragen zu finden. Viele AuPairs berichten davon, dass sie gerade in ihrer Zeit im Ausland ihre Lebensziele für sich gefunden haben. Die intensive Erfahrung mit Kindern Wer einen Beruf im sozialpädagogischen Bereich wählen möchte, der kann seinen AuPair-Aufenthalt als Vorpraktikum anerkennen lassen. Du kannst auch selbst herausfinden, ob und wann in deinem Leben der wichtige Zeitpunkt für Kinder sein könnte. Du träumst von einer Zukunft im Ausland? Wenn du später einmal im Ausland studieren oder sogar leben möchtest, dann ist es wichtig, etwas über das Land zu wissen. Durch einen AuPair-Aufenthalt lernst du Land und Leute im Alltag kennen und kannst ohne Kosten herausfinden, ob dieses Land für ein langfristiges Leben tatsächlich geeignet ist. Nach der Rückkehr aus dem Ausland steigen häufig deine Berufseinstiegschancen. Die Welt ist heute immer und überall vernetzt und attraktive Jobs sind oft nur mit guten Sprachkenntnissen zu bekommen. Think Global und dein AuPair-Aufenthalt lohnt sich auf jeden Fall. Hast du Antworten auf all deine Fragen bekommen? Mehr Informationen zum Thema AuPair werden findest du auch unter au-pair-village.com oder auf Facebook.